Servus und hallo liebe Orchideenfreundinnen und Orchideenfreunde. Kommen wir mal wieder zu einem Update beim Thema Orchideen. Schaut mal, eine wunderschöne Orchidee, wie ich meine, ist hier am blühen und zwar die Octomeria grandiflora. Diese Orchidee, obwohl die jetzt nicht so spektakuläre Blüten hat, wie vielleicht eine Phalaenopsis, aber dennoch richtig schöne Blüten hat, große Blüten für diese Gattung, heißt ja nicht umsonst Grandiflora. Finde ich, ist das eine Pflanze, die auf der Fensterbank unbedingt einen Platz haben sollte bei euch, weil die ist unermüdlich, was das Blühen betrifft. Wenn die einmal angefangen hat, dann hört sie fast nicht mehr auf. Die Pflanze besteht praktisch nur aus Blattwerk, ist Sympodial im Wachstum. Das heißt, sie hat ganz viele Neutriebe und sie kann auch an den alten Trieben immer wieder zum Blühen kommen, was ja hier der Fall ist. Richtig schöne, interessante Blüte. Sie kommt vor von Mittelamerika bis Südamerika, wächst dort in Höhen von 100 bis 2500 Meter. Das sagt uns, dass das Klima durchaus sehr unterschiedlich sein kann, nämlich von heiß bis kühl. Dementsprechend wird sie bei euch auf der Fensterbank ohne Probleme wachsen. Ja, das war eine richtig tolle Orchidee, die ich absolut grandios finde, die Octomeria Grandiflora. Bei der Oncidium Morenoi bin ich hier immer noch am warten, bis da mal der Blütentrieb am Blühen sein wird oder einzelne Blüten mal aufgeblüht sind, da müssen wir uns ebenfalls noch ein bisschen in Geduld üben. Aber es wird nicht mehr allzu lange dauern. Eine Orchidee, von der ich ja absolute Fan bin und die ich euch immer wieder vorstelle, ist hier die Appendiculata Eleganz. Die hat zwar echt mini-putziwutzi-fuzzi, ja mini kleine Nadelkopfgroße, Streichholzkopfgroße, besser gesagt Blüten, aber sie ist nonstop am Blühen und das ist einfach genial. Sie ist in der Pflege super einfach und macht somit einfach nur Spaß. Hier oben steht zwischengeparkt die Collogyne Cristata. Sie ist mittlerweile am Verblühen. Noch blüht sie. Wird nicht mehr lange dauern, dann sind die Blüten weg. Macht aber nichts. Ihr seht, sie hält sich doch ganz wacker. Länger als gedacht. Also ich hatte immer so den Eindruck, die blühen gar nicht so lang. Aber ich finde, die Blüten sind richtig schön. Da sieht man, warum diese Engelsorchidee heißt. So richtig ein schöner, weißer, unschuldiger Engel. Ihr seht, die Mannii ist aufgeblüht, die Phalaenopsis Mannii, die Naturform. Richtig schöne, tolle Blüte. Also ich finde von der Naturform, die Blüten mit diesem Tigermuster, teilweise auch Leopardenmuster, ist einfach eine richtig schöne Sache. Und da freut man sich, wenn die am Blühen sind. Und ansonsten ist das jetzt nicht das Wahnsinns- Update mit Hülle und Fülle an Blüten. Aber nichtsdestotrotz, man kann ja trotzdem immer wieder was über Orchideen berichten. Ihr seht hier die Phalaenopsis-Orchideen, die hier in den normalen Orchideentöpfen wachsen und Kolomi als Substrat haben. Und darauf wollte ich jetzt eigentlich gar nicht drauf zu sprechen kommen. Ich habe hier eine Oenia Volucris. Eine sehr, sehr spannende Pflanze, die hier in Kolomi wächst. Hier macht sie gerade ein neues Blatt. Das ist noch eine Jungpflanze. Da werden wir uns, da sehen wir eine Wurzelspitze. Ich hoffe, man kann sie sehen. So einen kleinen weißen, weißen, hellgrünen Pixelpunkt, wie auch immer. Und die habe ich von Bernd Junginger, gleichnamiger Vorname. Und das ist so eine sehr interessante und extrem spezialisierte Orchideengärtnerei. Also lohnt sich mal. Geht mal auf die Seite jungingerorchideen.de. Und die Orchidee hier, die Oeonia Volucris, hat auch eine sehr, sehr spannende Blüte. Aber ich denke mal, da werden wir uns noch mindestens ein Jahr gedulden müssen. Ich hatte mir auch vorgenommen, dass ich irgendwann mal persönlich vorbeigehe, weil das ist nicht so weit weg von mir. Aber ich habe noch was richtig cooles. Und ich hoffe, ich werde sie richtig aussprechen. Und zwar hier die... So, ich habe auch extra bei Herrn Junginger angefragt, ob ich das Bild verwenden kann. Darf ich verwenden? Und zwar ist es eine Neococ Nioxia Monophylla. Die stammt ursprünglich aus Jamaika. Das wird in ein bis zwei Jahren auf jeden Fall die Blüte sein. Richtig schön knallorange. Und diese Orchidee, die wollte ich schon sehr lang bei mir in Kultur haben. Leider hat er aktuell nur Jungpflanzen, aber das heißt ja nix. Jungpflanzen können auch groß werden. Das war ja bei uns auch nicht anders. Wir waren ja auch mal Jungpflanzen. Ja, so wird sie blühen. Und das sind die Pflänzchen. Ich habe mich bewusst, also wirklich bewusst dafür entschieden, dass ich sie in Kolomi-Pflanze. Einmal weil das Substrat sehr locker bleibt. Und zum einen, weil diese Pflanze praktisch so wie Catlea sich optimal hier in diesem Substrat wohlfühlt. Ihr seht, hier ist schon ein kräftiger Neutrieb. Das ist aber mit Sicherheit nicht der Neutrieb, der dafür sorgen wird, dass die Pflanze am Blühen ist. Ich habe mir bewusst zwei Pflanzen bestellt. Einfach deshalb, weil es kann ja immer mal passieren, dass eine Pflanze irgendeinen Schaden erleidet. Ihr seht, aber die Pflanze hier hat auch einen schönen kleinen Neutrieb. Und mit den nächsten ein bis zwei Neutrieben, die dann kommen werden, sind diese Pflanzen mit Sicherheit alt genug, dass wir dann eine Blüte zu sehen bekommen. Auf jeden Fall will ich es mir ganz groß auf meine To-Do-Liste schreiben, dass ich bei Herrn Junginger vorbeischau und mal guck, was der so in der Gärtnerei hat, was da am Blühen ist. Ich denke mal, das wird ein ganz spannendes Thema. Ansonsten schreibt mal rein, ob ihr auch solche besonderen Orchideen pflegt und hegt. Würde mich interessieren. Ansonsten wie immer Daumen hoch, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Orchideen-Update. Bis dahin und tschüss. Und dann mache ich auf jeden Fall auch ein reines Video zu dieser Pflanze, denn die ist sehr, sehr, sehr spannend und cool. Und ich hoffe, leicht in der Pflege, zumindest bisher stellt sie sich nicht irgendwie komisch an. Bis dahin und tschüss. Wir sehen uns im nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Musik